Flucht aus Orkhausen. Ja, Dwallen! Woo! Zack! Das ist so derbe geil mit den Typen. Die können gar nichts gegen ihn. Nichts. Und keine Chance. So. Wow. Okay, das war auch ein sicker Move. Sag Gandalf, wir brauchen dich mal kurz. Danke. Und... Dann noch Kili. Äh, Fili. Ups, sorry. Ich hab mal kurz zu 20 Orts näher geschnetzelt. Das ist so ein geiler Move, ne? Mega sick. So. Alter, die Musik macht Laune. Okay, wir sind wieder gesplittet. Sehr schön. Also, ja. Aus taktischen Gründen jetzt nicht so unbedingt, aber... Aus Levelgründen schon. Ja, komm. Einfach laufen. Du müsst ja keinen bestimmten Anteil von den Typen killen. Um vorwärter zu kommen. Okay. Okay, das stimmt alles nicht mehr. Sehr schön. Dann... Ach, sag ich mal sehr schön. Richtig weird. So. Da. Da noch einmal gegen. So. Grün. Passt. Das passt auch. Das hier noch, ne? Ja. Jetzt müsste ich halt hochkommen. Sehr schön. Nein! Oh, komm. Pfff. Oh Gott. Das verschwindet mir ja knapp. So. Oh, ich bin schwer gestorben. Warum das denn? Ah ne, das war ein Maid, oder? Ich weiß nicht. So. So. Dann nehmen wir mal den Typen hier. Ja, komm. Schnauze jetzt. Boah, das ist ausse... Alter, die haben richtig krass Moves drauf, die Typen. Ah, hier. Dieses Teil müssen wir ja also kappen. Okay. Und weg damit. So. So. Wir tragen ihn mal kurz. Hahaha. Als ob wir ihn tragen hätten. Wie geil. Jo, wir müssen in die Richtung. So. Weiter hier. Können wir nicht gegen an, ne? Ah, doch. So. Okay. Jetzt werden wir wahrscheinlich die anderen. Ja. Mal ein bisschen... Oh Gott. Runterfallen hier. Sehr schön. So war das geplant. Ach, hinlegen nur. Ja. Ja. Ah, da müssen wir drauf springen, ne? Ja. Hui. Ähm, Kili muss hier drauf. Warte. Kili. Ah, Kili ist schon drauf. Sehr schön. Dann... Einmal da. Oh, sorry. Hahaha. Er hat direkt keinen Bock mehr. So. Und da noch. Hahaha. Ups. Sorry, Wallen. Ist mir jetzt echt ein bisschen peinlich. So. Na komm. Nehmen wir den wieder. So. Was haben wir hier noch? Okay. Hier ist der Typ stark, dass der sowas kaputt kloppen kann damit. Gut. So. Dann wollen wir mal. Weiter geht's. Und wir sind wieder oben. So. Du hast einen fetten Kochlöffel hier. Junge, da kriegen die Oxen richtig aufs Maul. So. Ähm. Den brauchen wir jetzt. Aua. So. Nächster. Nein. Junge. Lass mich doch hoch. Danke. Ja komm. Jetzt ist auch mal gut hier. So. Und dann noch der hier. Ups. Komm. Hoch. Das kann ich nicht kaputt machen. Ja. Das ist... Kein Lego Bauteil. So. Oh. Oh. Da kommen zwei Kollegen. Mit Messern. Mhm. Hohoho. Ein merzerischer Akt. Äh. Ja und jetzt? Jetzt muss hier jemand von anderen wieder sein. Hä? Hä? Da ist jemand mehr. Lol. Was soll er jetzt machen? Ah. Ich dachte grad schon. Lol. Wie komm ich jetzt weiter? So. So. Irgendwie ein komisches Teil so wieder. Ah. Wieder B-Spammen. Äh. So. Oh Gott. Ah. Jetzt kein Typ von unten wieder hoch. Oh Gott. Nein. Oh Gott. So. Hoch. Und drüber. Und rein. Jawoll. Und da räumen wir hier die Ränge wieder auf. So. Hier ist nicht genug Platz für alle. Deswegen schmeißen wir kurz Bombo runter. Lol. Da hat's grad ganz interessant geruckelt. So. Wir brauchen wieder Holz. Hab ich gehört. Oh. Moinsen. Ach Gandalf. Danke. Bisschen Schatz. So. Jetzt anschieben noch das Ganze. Oder? Ah ne. Da muss man Zwerg jetzt mal sein. Dafür. So. So. Und was machst du jetzt, Zauberl? Diese Lache. So. Okay. Ja, das ist eine gute Frage. Was machen wir jetzt, ne? Aua. Autsch. Junge, das tut doch weh. Mann, der ist böse. Junge ist der fett. Der Typ ist ein bisschen aggressiv. Oh Gott. So, ja. Ja, dann sind wir auch los. Ja, kommt noch her. Wow. What a intelligent move. Und aufs Maul. Du bist viel zu fett, du kannst gar nicht hüpfen. Das ist einfach physikalisch unmöglich. Ah ja, jetzt ist es wieder soweit. So. Und. Zack. Ja, komm ruhig her. Komm doch her. Komm. Trau dich. Trau dich, du Fettsack. Ja, ja. Feiner Junge. Der ist doch echt zu dumm, ne? Der macht hier jetzt mal das Neue. Er hat sich anders verdient. Knockout. Jung, ist das ein langes Level. Holy shit. So, auch mal weg. Auch cool, wie alle fliegen von meinen Nades. Nur ich, ne? Ich bin fett genug scheinbar. Weil, nee, ist ja denkst du, wir sind fett zu tun eigentlich. Oder? Ja, okay, doch, dann ist halt die Zentrivolgalkraft, sondern die Erdenziehungskraft halt höher. Aber es macht absolut keinen Sinn, dass alle fliegen. Und auch den Abstand aber trotzdem wahren. Das macht absolut keinen Sinn. So. Nur kurz die ganze Logik von dem Spiel auseinandergenommen. Die ganze Logik. Naja, hätte auch schlimmer kommen können. Das soll wohl ein Scherz sein. Gandalf! No Red kann uns lösen. Tag ist nicht. Mensch, China. Aufgelaufen. Also. Es ist ein Scherz. Es ist ein Scherz. Vakas! 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 Was? Was? Beutling! Die! Verflucht und zerstückelt! Wir haben Jesus auf immer da!